warte, bleib da stehen, bleib da stehen, bleib da stehen, bleib, nein, bleib, stopp ja, schau mal in die Luft ein bisschen so ein bisschen weiter nach rechts und die aus, ne von dir aus nach links, sorry ein bisschen mehr nach links schauen ja, ok, stopp so ist cool, ne, ein bisschen, ein bisschen weiter nach rechts wieder noch ja, nach rechts, Tobi ein bisschen oh, das ist cool mit dem Spiel zack, hab dich so, da haben wir ein paar cooles Screenshots gemacht was ich hab mit F5 gemacht so au ey ah, da sind auch viele Eier drin er hat mich getötet dafür gibts Hühnchen halt, ich war gerade eben bei den Hühnchen drin, jetzt geh ich nur zwei Eier, jetzt geh ich nochmal rein flacken da schon wieder, sieben, acht Stück rum oh, ich hab Hühnchen gehauen mit dem Ei die sterben aber glaub nicht an Eier obwohl doch, wenn ich genug drauf wurscht sterben sie glaub sogar ja, wenn ich genug drauf wurscht mit Stäbeln halt so eine Milliarde wurscht drauf, ne das ist schon hinten gemacht, alter so, jetzt schauen wir das mal an, von vorn sieht es ganz okay aus von der Seite sieht ein bisschen komisch aus, wenn ich sagen und von hinten ha Out Von hier sieht's aber ehig ganz schön aus, wenn von der Brücke kommst Ne das passt eigentlich das mir quäll's mir nicht mir nsht nsht sieh t mich aber nsht doch komm mal, schaust dich mal von der Brücke aus an das seh eich ganz gut aus ah, die sieht schon ganz gut aus j baixo Schauen. Ja vor allem wenn du von hier von dem Berg aus schaust, sieht es echt schillig aus. Schauen wir mal nach, ob ich ein paar gute, ein paar gute Thumbnails hinbekommen. So. So. Oh, das ist fett. So ist gut. Okay, die hat mir gefallen. Also, Tobi, auf ins Bett, wir machen jetzt eine Aufnahmepause. Was? Was? Ja, es ist schon mal, ich weiß nicht, wir haben jetzt bestimmt schon wieder eine gute Stunde gespielt. Oder nicht? Denkst du echt? Wir haben fünf Uhr fast. Alter. Mit wahrscheinlich stehst du ja zwei Stunden, du hast gespielt. Go rein. Ja, großer Meister. Also dann, jetzt klicken wir hier noch ins Bett. Und wachen auf und dann ist Aufnahmepause für das erste. Ja. Also dann Leute, danke fürs Zuschauen. Euch hat es mal wieder gefallen. Dankeschön. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge gleich. Oder vielleicht auch jetzt gleich. Wer weiß, so wie es geschnitten erscheint. Bis dann. So, wo ist das immer wieder? Ich bin noch schnell vors Haus gelaufen. Also wir sind hier bei Let's Play Minecraft Together. Mit NoGryPod. Bedingungsweise Tobi, dem alten, unwitzigen Schnarchsack. Genau, ebenfalls. Der fette Typ hier unten ist das. Mit dem komischen Gesicht. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben waren, ehrlich gesagt. Obwohl es nicht gleich so lange herrscht, dass wir gespielt haben. Weißt du nur, was wir gemacht haben, letztes Mal. Wir hatten irgendwas, haben wir doch noch gebaut, oder? Nein, weiß ich auch nicht. Kann es sein, dass wir das Dach fertig gebaut haben? Von der... Von dem einen... Von dem... Von so'n... Äh, nee, wie war das... Hey, wir doch das... War das das letzte, was wir gemacht haben? Das Dach hier. Ja, doch, doch. Ich glaub schon. Ja. Schau mich mal an. Ich seh anders aus. Hast du zufällig Fackeln noch, oder? Sag mir hier, fucken rein, oder sag mir hier Fenchner rein, Mann? Hint sich aus, wie die Grim Reaper, Mann. Wie wer? Tod, wie der Tod. Grim Reaper. Jupp. Ich glaub, es sind davon. Ah, scheiße, das ist fein. Normal ist da, wo es ganz schwarz ist, sollte eigentlich gar nichts sein, aber... Okay. Ich stell's dir einfach vor. Okay. Äh. Sag mal, sei mir da Fenchnerin, Mann, oder soll wir da so lassen? Ich würd so lassen, das hier oben wird eh irgendwie... Was machen wir hier hoch? Können wir eigentlich das Lager rein, Mann, oder? Das ist ein Lagerhaus-Teil. Stimmt, eigentlich. Ist ziemlich nice, Mann. Ja, passt. Und da kann man die Kisten auch unter die Treppen, Mann, wenn ich... Ich bau mal schon mal eine Kiste. Glaubst du? Doch, kann man. Echt? Ja. Das weiß ich. Ich bau mal ganz viele Kisten. Hast du Holz noch? Jo. Richtig viel. Okay, ich schau... Ich check's mal ab. Doch, die Kisten... Und die Kisten kannst du unter die Treppen drunter, Mann. Und die kannst du trotzdem öffnen. Ach, fuck, ich muss da aber auch... Wir müssen auch Schildern und so haben, gell. Giss nicht. Ich... Ich hack's lang, wenn wir noch ein bisschen Holz hier draußen. Mhm. Ich hab schon mal 32 Kisten gemacht. Okay, dann tu ihn mal oben hinpflanzen. Hast du noch Holz übrig für Schlöder? Muss ich dir auch noch was holen. Ich hab nur 10 Holz, aber... Hol mal noch ein bisschen. Kann man immer brauchen. Okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, 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 okay. Boah, ich hab voll kein Bock auf morgen. Wollte ich, wie das Wetter werden soll? Nee. Ich hab eigentlich, dass es gut Wetter wird. Dann sitzt man an der Schule und... Oh mein Gott. Nee, eher wir sitzen in Sport und... Oh mein Gott. Oder was heißt... Ach so. Ausdauerlauf. Äh, für Tobi so geht's vielleicht nicht. Total. Ups. So. Äh... Was tust du? Okay, doch. Ja, und dann machen wir mal rechts... Können wir da immer chillen, Mann? Ach, warte, ich... Ich mach jetzt erstmal hier das Ding hin. Warte, ja. Ich hab auch noch eine Kisch, Digga. Okay, warte. Hier machen wir sie so hin, oder? Da oben noch. Da oben auch noch eine hin. Da hinten. Vielleicht noch eine. Ach so. Ah, ja. Ah ja, doch. Stimmt, dann können wir sie so machen. Ja, und dann kommen wir hier noch, so. Gib mal noch ein paar Kisten hier. Naja, lass mal so, lass mal so. Hast du noch Kisten? Machst du mal auf der anderen Seite noch so? Ja. Wie viele Kisten hast du noch? Schon noch... Zehn Stück. Okay. Da oben wieder so. Hintad, wie viele hast du jetzt noch? Drei. Dann mach mal hier noch eine hin. So. Also, weißt du, wie gegenüber halt. Na gut. Und dann... Hier oben kannst du ja auch noch eine hinmachen. Da mach ich doch noch mal ein paar Kisten. Nee, ich würd's einfach so lassen jetzt. Nee, das ist doch blöd, oder? Und dann hier noch eine Kiste, so hin. Jetzt sieht langweilig aus. Ich will da mehr Kisten. Mehr Kisten! Na wohl. Okay. Können wir mal ein paar machen. Ich brauch mal ein paar Schilder, ne? Nee, ich mach schon. Ich mach schon. Ich mach trotzdem ein paar. Okay. Denn dann mach ich nicht. Wieso, wir brauchen viele Schilder? Okay, ich hab viele Schilder. Das gibt ja immer drei Stück pro Ding. Ja, hab ich halt auch gemacht. Also. Was? Wohin? Gib mir die Schilder einfach. Ich hab schon oft so ein Lager beschriftet. Ich weiß, was man ungefähr braucht. Ich fang mal an mit Mob Drops hier. Ähm. Ja, wollen wir Mob Drops halt nicht aufspalten? Ja, ist egal. Ist egal. Mob Drops selten und low, oder was? Nee, halt so. Ja, doch. Mob Drops selten mach ich hier. Ne, man. Einfach, ähm. Nein, more, ähm. Standard Mob Drops. Schreib irgendwie sowas hin. Ich hab selten Mob Drops. Selten einfach geschrieben. Das ist hier unten links. Nein, selten brauchen wir keine Killstimmen. Wir machen eine Killstimmen mit Wertsachen und dann machen wir nicht seltenen Mob Drops rein. So Diamanten und ähm seltenen Mob Drops und so Zeug. Okay. Ich kann's nicht abbauen. Das kann man nicht abbauen an Scheißding. An Scheißtreppen kann man sich abbauen, wie's aussieht. Ich mach hier mal Nahrung hin. Jo. Ach verdammt. Ich kann's doch editieren. Ich hier. Nahrung... Pflanzlich manchmal. Pflanzlich manchmal. Pflanzlich. 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 Ich kann nicht schreiben, man. Ach fuck, ich hab's jetzt auf das andere drauf gebaut. Machen wir nochmal. Nahrung. Holz, Saplings, Laub, Lianen sind drüber. Also ich kann grad nicht pflanzlich schreiben. Ah. Nein, ich schreib einfach Nahrung. Nein. Pflanzen sind drüber. Ich schreib drüber Pflanzen. Das ist ja Pflanzennamen, das ist Nahrung pflanzlich. Also Getreide und so weiter. Ne, ich würd einfach Nahrung machen, weil das wie auch sonst. Fresse, fresse und vergiss nicht die Pfeile zu machen. Und drunter kommt Nahrung tierisch. Warum machst du da so Pfeile hin? Ja, dass man auch weiß, was es ist. Jo, das ist das rechts, wo da ganz weit weg ist. Ja, ich mach halt coole Pfeile hin, fertig. Okay, dann mach ich das auch. Ja, da oben ist übrigens kein Pfeil dran, dass wir ich wieder weg haben. Was machst du da grad für ein Schild? Steine. Ne, ich mach einfach Pflastersteine. Da kriegt man die ganze Kiste mit voll. Ich mach hier unten Sand, Dreck. Und das kommt da noch rein, Kies, oder? Ja. So. Darunter kommt Kabelstone und Gebrannter. Ich hab so ein Kabelstone mit Doppel B, oder? Ich hab schon Pflasterstein. Ist das gleiche wie Kabelstone. Echt? Ich dachte, Pflasterstein wäre das das gebrannte, zusammengefügte. Ne, das ist, ähm, Dings, wie heißt, Steinziegel. Achso. Dann, mein, da unten verarbeitet der Stein, okay? Okay. Schreib aber einfach Stein hin. Hier könnt ihr, könnt ihr Stein und alles mal wie geht's. Ich lass mir nix sagen. Okay, Sand, Dreck, Kies. Ich lass mich nicht mehr rum. Jupp. Äh, was haben wir denn jetzt? Das brauchen wir noch. Wir bauen Mob Drops, habe ich die jetzt irgendwie gemacht. Ne, Mob Drops fehlen noch. Ich mach grad. Okay. Dann mach ich drunter RC. Jo. Nein, äh, ich würd, ähm, Minen. Wie die Könner das nennen. Halt, dass da Kohlen droll. Röö, ne, äh. Batterie, Mineralien oder so? Ne, RC ist doch eigentlich ganz gut, oder? RC und Kohle. Ja. Alles aus der Erde. Wie ist alles? Und drunter, da, die unten im Eck machen wir Wertsachen, oder? Okay. Ne, jetzt machen wir die Küche, die hier. Die nur allein ist. Ne, nicht die kleine. Bereicht das? Ja, wert sein, gibt's fast nie was, irgendwie. Ich spiele mal jetzt keine 20 Stacks Diamant, oder so. Warum? Kriegen wir nie hin. Äh, was brauchen wir denn noch? Ich will hier stehen, die Ausrüstungskisten, die, das ist die Ausrüstung. Zum... ...töten. Ne, mach die Ausrüstungskisten oben. Ich hab auch verschiedene Ausrüstung, ich brauch da alles mögliche. Dann hab ich hier die Ausrüstung... ...zum... ...minichtes erwischen. Äh... Ausrüstung für Landwirtschaft, ne, ich das. Ich brauch auch noch eine Kiste, gell. Ne, ich nehm die da in der Mitte. Für? Baumaterialien. Okay. Äh, was haben wir denn hier noch? Und hier ist noch Ausrüstung für Minen. Fürs... ...minen. Und dann haben wir noch die, wo überm am Dings ist, was machen wir da rein? Da machen wir so eine Gruschkisch, die rein, wenn wir keinen Bock haben zum Sortieren grad. Was, wo? Ja. Ist da oben? Okay. Ja. Ach, die da unten, oder was? Jo. Du weißt, da kannst du denn von unten drauf zugreifen. Wir haben immer noch zwei Kisten dann. Kein Bock zum Sortieren, mach ich hier so, zack. Wir können das ja in unsere persönlichen Kisten. Äh, da oben, das sind unsere persönlichen, okay? Da oben rechts, das ist die Steine, wenn wir reinkommen, und oben links ist die Schmeine. Also, das meinet ihr hier? Ja. Was bringt das persönliche Kiste? Egal. Ja. Die Kiste da unten noch. Aufstehen. So. So, zufrieden? Ja. Ah, die Spinnen irgendwo. Dann wird das ja die Kurschkiste einfach. Jo. Die Kurschkiste ist scheiße. Kiste, kiste, bitch. Ich muss aber einfach Kurschkiste. Kiste für alles, hab ich jetzt. Okay. Und die da unten, mach schon irgendwie sowas, weißt, wie Crafting Tablets und Öfen und so. Dränke. Ach, okay. Okay, muss ich nur noch schnell einen Schritt bauen. Hast du keins mehr, oder? Nope. Äh, wie nennt ich das? Ja. Interaktionskisch. Interaktionsgegenstände. Ja. Das stimmt sogar, das sind sogar Dränke dabei. Den kann doch was machen. Gut, gut, gut. Kann schon allem was machen, aber wir wissen ja, was damit gemeint ist. Oh, fuck, ich brauche euch ein Schwert, hab ich noch ein Schwert. Ne, ja, ich brauch kein Bogen, verdammt. Draußen hat sich, ist jetzt ja noch...